Hallöchen, meine sehr verehrten Zuschauer, meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer ProGamer. Wir haben Sonntag. Der Sturm war nicht gerade so schön in den letzten Tagen, aber wir spielen jetzt trotzdem Rocket League. So, ich hab den, das Teil hier schon mal gestartet. Was ist das denn hier? Haunted Hollows? Okay. Ja, gestartet. Ich geh mal auf Spielen. Zwanglos. Drei gegen drei. Und die so läuft. Geht nochmal ganz entspannt und lässig aufs Klo. Danach in die Küche. Holt euch den einen oder anderen Snack, was zu trinken. Und dann kann's losgehen. Füße hoch. Kissen in den Nacken. Und Kopf herauf. So. Wir sind DFH-Stadion. Okay. Oh, was ist hier los? Okay. Ist schon an, ja. Wir sind rot oder wer sind wir? Ich hab keine Ahnung. Blaues Tor? Okay. Nee, ich weiß nicht, ob das das richtige Tor ist. Nee. Das ist es hier, ne? Ja. Ja. Ja, wir sind rot und wir müssen ans blaue Tor, ne? Ah. Wo ist der Ball? Nitro? Wo ist der Ball? Oh. Oh. Warte mal. Blaues Tor. Ah, warte, warte. Ah, Mist. So. Ja, keine Ahnung. Wo ist der Ball? Oh. Shit. Ja, doch. Wir sind rot. Ja. Ja, ja. Wir müssen ins blaue Tor, ja. Okay. Gut. Anschnallen. Okay. Wir holen uns erstmal Nitro. Ja, scheiße. Wo ist der Ball? Da. Ja, toll. Naja, wir müssen... Wo ist denn? Oh, shit. Warte mal. Pass auf. Ah. Warte. Wo ist der Ball? Ey. Warte. Oh, man. Was ist der Ball? Oh. Hab ich Nitro? Ah, schade. Oh, Mann. Was ist hier bloß los? Scheiße. Ja. Naja, wir haben ja noch drei Minuten. 0 zu 2. Nitro mitnehmen. Nitro. Ja. Wo ist der Ball? Da. Was ist der Ball? Da müsste er hier sein, irgendwo, ne? Ja. Pass auf. Den holen wir jetzt rein. Oh, shit. Ja. Wird nichts. Nee. Toll. Schön. Eins zu zwei. Wie hat er das denn gemacht? Warte mal. Ah, okay. Oh. Nicht schräg. Nicht schräg. So. Ah, Mist. Okay. Warte. Ah. Pass auf. Ja. Meine Vorlage, ja. Zwei beide. Schade. Den hätte ich gerne gehabt, ja. Das Tor hätte ich gerne gehabt. Naja, scheiß drauf. So. Vielleicht wäre er auch nicht so reingegangen. Oder auf jeden Fall hätte das zu lange gedauert. Und dann, äh. Oh, schön. Drei beide. Ähm. Äh. 3 zu 2. Ja. Schön. So. Gucken wir mal, was wir hier machen können. Ah, schade, ja. So, pass auf. Wir wollen ja nochmal ein Turm machen hier, ne? Ja. Ah, Mist. Nehmen sie mir ihn weg. Wo? Wo ist der Ball? Ja. Nein. Ah. Pass auf, wo ist der Ball? Da. Ah. Mann, ich komme hier überhaupt nicht zum Schuss, Alter. Nee. Ja. Wird nichts. Oh Mann, was ist das bloß? Ja. Keine Ahnung. Da. Tore. Oh, wieso? War das nicht mein Turm? Oh, die blöde Sau, Alter. Alter, echt. Naja. So, 4 zu 2. Nitro. Jawohl. Jawohl, ja. So, wo ist der Ball? Ah, shit. Warte. Geh da rein? Nein. Ah, Mist. Ich komme da nicht ran. Geh da rein? Pass auf. Wo ist der Ball? Nee. Da ist sie. Warte. Ah, schade. Ja. Kann man nichts machen. Ah. Hat die Sau da gewartet, ne? War richtig, ne? Mit der Snoopy-Fotze da. Diese Fotze, ey. Ja. So, 4 zu 3. Ah. Dann, wir können ja mal Torwart spielen, oder? Ja. Genau. Wo ist der Ball, dann? Wir haben noch 18 Sekunden. Warte mal. Ah, schade. Ja. Nee. Kann man nichts machen. Nee. Na ja, haben wir wenigstens gewonnen. Ja. Ich bin Taktiker und Spiele-Macher. Ja. Na ja, ich versuche mein Bestes, ne? So. Letzter Platz. Na ja. Gut, ich gebe mal auf bereit. Ja, also die letzte Woche war ziemlich hart. Ja. Ich habe von Montags bis Freitags jeden Tag 8 Stunden gearbeitet. Also immer eine Überstunde gemacht. Und gestern auch noch gearbeitet, Samstag. Ja. Aber die Woche, die jetzt kommt, ist locker. Da haben wir Samstag frei. Und ich brauche nur 7 Stunden arbeiten am Tag. Die ganze Woche. Ja. Und dann der Montag. Da haben wir eine Feier. Ja. Halloween-Feier. Und Dienstag haben wir ja frei am 31. Das ist... Also das, was jetzt kommt, ist cool. Ja. Ah, schade. Ist mir da einer in die Quere, ja. Ja. Wir gucken mal, wo ist der Ball? Ja, scheiße. Jetzt geht er da wieder in die Ecke, ja. Ja. Ah. Wo ist er? Keine Ahnung. Da. Ja. So, pass auf. Ja. Vorlage. Ja, shit. Das wurde nichts. Nee. So, weg mit der Pulle. Ja. Sehr schön. Pass auf. Wo ist er jetzt? Da. Aber wir haben kein Nitro, ne? Nee. Oh, Mist. Scheiße. Das geht da auch noch rein. Irgendwie hat das nicht geklappt eben. Ich weiß auch nicht warum. Weiß ich nicht. Okay. Naja, kann man jetzt mal. So. 0-1 für die anderen, ne? Ja. Nitro. Ah, shit. Ich dachte, ich komme zum Sch... Ja. Zum Schuss bin ich gekommen, aber... Ja. Wo ist der Ball? Hä? Der Ball muss da... Was... Wir sind doch rot, ne? Ja. Ja. Warte. Ach, Mann. Ich komme hier überhaupt nicht zum Schuss. Ich weiß nicht. Ah. Mann. Na. Nee. Ah. Okay, wo ist er jetzt? Da. Ich muss doch ins blaue Tor, ne? Ja. Ja. Das ist alles scha... Tor. Ah, Mann. Ich schaff das einfach nicht. Das ist einfach zu schwer. Ich krieg nicht mal eine lockere Vorlage. Nee. Ich hab immer nur schwere Bälle. Ja. Das geht auch noch rein, ne? Nee. Mann. Mann. Ja. Ja. Weiß ich nicht. Wo ist der Ball? Alter. Das läuft ja wieder richtig scheiße heute. Ja. Richtig scheiße. Ja. Ich schnauze voll langsam, echt. Ja. So, pass auf, hinterher. Ja. Du blöde Sau, du. Ach, Mann. Ah, toll. Wo ist der Ball? Keine Ahnung. Da. So, krieg ich nicht mal eine... einfache Vorlage? Nee. Oh, Mann. Nee. Nur schwierig. Schwierigkeiten, ja. Hau dir mal weg, ja. Geil. Oh, Mann. Ja, toll. Ja. Jawohl. Aber ich geh nicht rein, ne. Scheiße. Was soll man dazu sagen, ja. Ja. Was soll man dazu sagen, nur scheiße, nur scheiße. Jawohl. Wo ist der Ball? Keine Ahnung, da. Ach, schon zu Ende, ja. Ach, shit. Ja. Alter. Ja. Ganz vergessen, ja. So, mal aus jetzt. Mann, Mann, Mann. Verdammte Scheiße, ja. 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 Mann, Mann. Äh. Ach so, ja. Mein Feuerzeug ist letzte Woche gekommen. Ja. aus Amerika. Ein geiles Teil, ja. Kann man mit USB aufladen und dann ist das so ein Stromfeuerzeug, ne, weil so, das glüht denn da so drin, ne. Ja. Kann man so aufmachen und dann glüht das, ja. Geiles Teil, gerade für den Winter. Bei Wind und Regen und so ist immer geil, ja. Kriegst du die Zigarette immer an. So. Ja, das erste Spiel gewonnen, das zweite verloren. Ja, zwei Spiele können wir noch machen. Ja, das hier und noch eins, ja. Geil. Ne. Drei vielleicht sogar, ja. Oh, geil, ja. Okay. Ein Spieler, auf einen Spieler warten wir noch. Ja, okay. Anschneiden. Ah, schade. Ja, der war aber auch scheiße, irgendwie, von mir. Ah. Ich bin irgendwie nicht so gut drauf, heute, glaube ich. Ne. Ah, man, du fucks, ey, du. Das ist der Scheißball, im Tor, nee. Kuga! Tor von Kuga! Kuga? War das nicht der von Top Gun? Kuga? So, wo ist der Ball? Da! Der spielt auch schon wieder mit die Pfotze, ja. Guck mal, wie einfach! Ja, ne? Und ich hab nur schwere Bälle, ja. Ich hab auch noch drin, ja. Auch noch drin, ja. Auch noch drin, ja. Ja, toll. Ja. Oh, ein Glück, Alter. Ich dachte, der geht wieder rein, ja. So, hinterher. Vorlage? Oh Mann, ihr Fotzen. Ja. So, wo ist der Ball? Da. Ach Mann, ja. Toll. Ich hab gar nicht... Wo ist der? Hä, der müsste doch hier irgendwo landen. Wo ist er denn jetzt? Äh? Ja. Warte. Tor, ja. Ja, meine Vorlage, ja. Das war das Einzige, was ich heute hinkriege. Ja. Zwei, beide, ja. Ein Glück. So. Wir versuchen unser Bestes, ja. Ja, okay. Warte mal, wo ist der? Äh. Ich hab ich Nitro natürlich nicht. Los weg mit der Pulle, ja. Wo ist der Ball? Da. Oh Mann. Ah. Oh. Oh Gott, Licker. Na, weiß nicht, wo ist der Ball, ja. Keine Ahnung. Oh, geh da rein, ne. Ne. Doch! Oh ja, geil. Wie habe ich das denn jetzt hingekriegt überhaupt? Warte mal... Ah, okay, ja. Ja. Eigentor, aber geil, ja. Ja, schade, ja. So. Tour von Captain Redder. Jawohl, ja. Ey. Ah, ich krieg den da... Ich krieg den nicht rüber da, ne. Nee. Vorlage. Hau ihn rein! Ah, miss. Nee, scheiße. Wo ist der Ball da? Ja. Okay, schön. Geht er rein, ja. 4, 2. Geil, ja. Ah, schade, ja. Mann. Ja. Ja, schön. Scheiße. Ja. Weil ich hole mir erst mal Nitro und dann gucke ich... Ah, okay, der war voll. Ah, schön. Oh, man. Ja. So. Ab geht's. Oh, toll. Toll. Nee. Komm ich nicht rein. Wie muss denn der Ball? Keine Ahnung. Da. Warte mal. Ah, geh da rein. Nee. Doch. Ja. Ja. 5, 3. Tor von Captain Braddock. Jawohl, ja. Aber das war, glaube ich, auch Eigentor, ne. Ja. Ja. Ja, aber gut. Das kann man trotzdem natürlich zählen, ne. Ja. Wo ist der Ball? Da. Ja. Ja, okay, warte mal. Ich brauche noch Manitro. Dann greifen wir an. Ah, shit. Ah. Warte. Ah. Boah. Ja. Wo ist der Ball? Da. Schön. Warte mal. Geht da rein. Ah, Mist. Schade. Ja. Das bringt nicht viel, ne. Ne, dann lassen wir das jetzt. Stopp. Oh. Haben wir jetzt auch gewonnen, ne. Ja. Ja, okay. Oh, ich wollte ihn gerade reinhauen. So. Captain Braddock. Taktiker. Stürmer. Ja. Ich glaube, zwei Tore habe ich gemacht, ne. Ja. Oh, zweiter Platz, ja. Zwei Tore, ja. Sehr schön. Ja, war ein geiles Spiel. Also, nochmal. Das erste gewonnen, das zweite verloren, das dritte gewonnen, ja. So, eins machen wir noch, dann sind wir durch. So, wir gehen auf bereit, ja. Okay. 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 So, anschnallen. Boah. Ab geht's. Ab geht die Luzi. Ab geht die Luzi. Aber ich weiß gar nicht. Aber ich weiß gar nicht. Bin ich rot hier, oder was bin ich? Ich habe keine Ahnung. Ne. Ich weiß das nicht. Bin ich rot? Ja, ne. Und soll ins blaue Tor, ne. Also dahin. Ja. Pass auf. Ach, scheiße. Hau ihn weg. Oh, schön. Warte. Oh, Mist. Warte mal. Wo ist der jetzt? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da. Tor. Captain Braddock. Jawoll, ja. Das war mal ein leichtes Tor, ne. Ja. Kommt aber selten vor, ja. So, eins zu null. Ah, schade, ja. Zu viele Autos. Ah. Oh, shit. Wo ist der Ball? Immer noch in der Ecke, da hinten? Hä? Da. Ja. Schade. Schade. Marmelade. Schön. Ja. Sehr schön. Pass auf. Hinterher. Hab ich Nitro? Nein, hab ich nicht. Ja. Ach, shit. Hau bloß den Ball weg, Galo. Ja. Ah, Mist. Nitro. Da ist der Ball. Schön. Aber reicht nicht, ne. Ne. Ah, Mist. Schade. Ah, schade. Ah. War ein Torschuss. Ja, aber... War... Ja. Na ja. Kann man jetzt mal... Warte mal. Ah, Mist. Ne. Da komm ich nicht ran. Ja. 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 Warte. Shit. Ne. Ah, schade. Ah. Ah, man. Alter. Lass mich da auch mal an den Ball. Ah. Ich kipp das Dei auf hier. Ja. Ah, Mist. Bin ich zu hoch. Oh, komm. No, spring nichts. Nee. Okay. Warte. Was ist das? Oh. No. Oh, Mann. Okay. Hinterher. Ja. Nee. Kann man nicht so viel erreichen, irgendwie. Nee. Guck mal. Steht... Steht nur 1 zu 0, Alter. Das ist scheiße, ja. Das ist zu wenig. Aber... Ja. Ja, Mist. Ja. Ja, ich würde einmal... Torwart machen. Ja. Warte mal. Ja. Guck mal, wir haben nur noch 30 Sekunden. Ich hab ja... Ich hab ein Tor gemacht, ja. Ja. 1 zu 0. Oh, hau ihn rein! Ich komm da so schnell, komm ich da nicht hin. Ah, nee. Scheiße. Nee. Mist. Ja. Kann man jetzt mal... Ich möchte aber nicht, dass das jetzt noch ein Tor wird, ne? Von den anderen. Nee. Ich weiß auch gar nicht, wo der scheiß Ball ist da. Ah, okay. Gut. Gewonnen, ja. Turboschütze! Alter! Gut, aufsteigen tun wir nicht? Nee. Okay. 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 So, was ist das? Glitsch, Glitsch. Ja, okay. So, das war's. Ich geh jetzt nicht auf bereit. Meine lieben Freunde, meine verehrten Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ich fand's nicht schlecht. Ich wünsche euch noch einen wunderschön entspannten Sonntag. Habt eine tolle, erfolgreiche Woche. Bleibt cool und gesund. Und dann bis bald, Rian. Und tschüdelü! Okay. Liebeern. Ja. Ciao.